Jetzt sind wir auf unserem Probegleis. Das heißt wir haben HP 1, das heißt wir dürfen 80 fahren. Richtig. Kann ich unter der Fahrt meinen? Ja, geht. Du darfst nur keinen Fahr-Befick geben. Das heißt ich kann ihn jetzt schon rausstellen. Das passiert nur was wenn du umgekehrt 70 fährst und stehst auf 30, dann bremst du dich an. Jetzt darfst du, trau dich ruhig. Das ist jetzt zu pfeifen gewesen. Lass Rollen weichen. Wir haben jetzt wieder Geschwindigkeitsüberwachungen verbaut. Dann kannst du schon mal umstellen auf 80. Noch darfst du mal weichen 20 nach 80. Da kannst du ja auch 65 beschleunigen. Oh Gott, oh mein Gott. Aber dann ruhig trauen. Let's go.